Hello, hello. Willkommen zu einer neuen Show. Mein Name ist Rick Milton und das ist Ask People. Wir sind hier, um den Leuten einige interessante Fragen zu stellen. Oh, hier ist eine Person. Guten Morgen, mein Herr. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Hast du eine Minute? Sicher. Ich bin neugierig. Ich wurde noch nie von jemandem interviewt. Dann wird es ihr erstes Mal sein. Welche Traditionen werden in ihrer Familie gepflegt? Traditionen? Nun ja, wir treffen uns immer zu Weihnachten, um gemeinsam zu Abend zu essen. Das ist etwas Gutes. Und was ist das schönste Geschenk, das Sie je bekommen haben? Ich erinnere mich nicht. Ich nehme an, du meinst am Weihnachtstag. Vielleicht ein Computer. Ich habe letztes Jahr von meinem Bruder einen Computer geschenkt bekommen. Es war wirklich teuer, muss ich sagen. Ohne Zweifel ist das ein tolles Geschenk. Und was wurde dir in letzter Zeit geschenkt? Du meinst irgendein Geschenk? Nun ja, meine Mutter hat mir einen schönen Pullover geschenkt, den sie selbst gemacht hat. Und warum trägst du diesen Pullover jetzt nicht? Du lügst nicht. Sind sie? Natürlich nicht. Ich habe einen Pullover von meiner Mutter. Es ist zu Hause. Ich benutze diesen Pullover jetzt nicht, weil es heute sehr heiß ist. Ich werde es im Winter oder Herbst verwenden. Sie haben recht. Und ich verstehe dich. Ich habe einige Socken von meiner Frau gemacht. Ich benutze sie nicht, weil sie aus Wolle sind. Wie auch immer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hey! Hallo! Hallo! Guten Morgen, mein Herr! Darf ich Ihnen bitte ein paar Fragen stellen? Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, aber ich denke, ich kann einige Fragen beantworten. Sag mir! Exzellent! Vielen Dank! Was ist die schwierigste Frage, die Ihnen jemals gestellt wurde? Die schwierigste Frage? Wow! Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Einmal wurde mir von meiner Freundin eine schwierige Frage gestellt. Es war schwer zu beantworten. Sie sagte so etwas wie, wenn ich nicht geboren worden wäre, mit wem wärst du zusammen gewesen? Ich wusste wirklich nicht, was ich antworten sollte. Ich habe ihr nur gesagt, dass ich alleine gewesen wäre. Sie sagte, das sei die richtige Antwort. Aber das war eine sehr schwierige Frage. Ich verstehe. Jetzt. Wurden Sie jemals von jemandem verletzt, dem Sie vertrauten? Äh, ja. Ich erinnere mich nicht gern daran, aber ich wurde von einer Person verletzt, die ich sehr liebte. Es tut mir leid, das zu hören. Wenn Sie darüber nicht reden wollen, dann werden wir es verstehen. Mach dir keine Sorge. Nein, nein. Das ist okay. Ich spreche von meiner Ex-Freundin. Sie hat mich verletzt. Tatsächlich wurde ich auch von ihr gestohlen. Sie hatte vor ihrer Abreise Geld aus meiner Brieftasche genommen. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber wenn sie sich dieses Video ansieht, verzeihe ich dir, Mary. Ich vergebe dir. Hörst du zu, Mary? Dieser Mann verzeiht dir. Aber bitte gib ihm sein Geld zurück. Ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird, Bruder. Und das ist in Ordnung. Nun, wenn Sie das sagen. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag. Guten Morgen, mein Herr. Ich habe einige gute Fragen an Sie. Darf ich? Hallo. Möglicherweise habe ich etwas Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Fortfahren. Zuerst muss ich es wissen. Sie kommen nicht aus diesem Land. Oder? Woher kommst du? Ach, nein. Ich wurde in China geboren. Ich bin vor zehn Jahren hierher gekommen, um zu studieren und dann zu arbeiten. Das ist interessant. Was sind dann die beliebtesten Lebensmittel in Ihrem Land? Ich glaube, ich habe schon einmal von diesen Gerichten gehört. Sie sind sehr beliebt. Magst du sie? Offensichtlich. Es wird auch von mir gegessen. Ich liebe chinesisches Essen. Sicher. Nun wurde China vor vielen Jahren verschmutzt. Apropos der Uber. Was ist gegen Luft- und Wasserverschmutzung zu tun? Irgendwelche Ideen? Wow. Es gibt viele Dinge, die unsere Führungskräfte tun sollten, wissen Sie? Zunächst sollten von ihnen neue Gesetze geschaffen werden. Ich denke, sie sollten etwas dagegen unternehmen. Du hast recht. Aber seien wir ehrlich. Das ist etwas Schwieriges. Und das wissen wir. Ja, das ist wahr. Aber unsere Führer müssen eine Lösung finden. Das ist, was ich denke. Genau. Eine letzte Frage. Wie würde sich Ihr Land verändern, wenn Kinder wählen dürften? Ich glaube nicht, dass sich viel ändern würde. Ehrlich gesagt würde es keinen Unterschied machen. In Ordnung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Haben Sie einen guten Tag. Hallo, Herr. Darf ich Ihnen bitte ein paar Fragen stellen? Dies ist eine Fernsehsendung. Hallo. Absolu. Ich wollte schon immer von Ihnen interviewt werden. Und ich freue mich, dass Sie unser Programm sehen. Vielen Dank dafür. Und die Frage ist, wäre es der Zivilisation besser gegangen, wenn es das Internet nie gegeben hätte? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wer hat es erfunden? Das Internet wurde von Bob Kahn und Wind Zerf erfunden. Es war im Jahr 1983. Das wusste ich nicht. Vielen Dank. Und zu deiner Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass unsere Welt ohne Internetverbindung besser wäre. Das ist nicht wahr. Ich meine, wir nutzen es jeden Tag zur Kommunikation und zum Arbeiten. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Eine Welt ohne Internet? Nein, das ist nicht möglich. Das Internet war eine der besten Erfindungen. Danke schön. Wurden Sie jemals für etwas bestraft oder zur Kasse gebeten, das Sie nicht getan haben? Einmal. Als Kind wurde ich von meinem Vater bestraft. Es war eine Verwirrung. Das Spielzeug meines Bruders war von jemandem gestohlen worden und mein Vater dachte, ich wäre es gewesen. Also wurde ich bestraft. Ich konnte meine Freunde einen Monat lang nicht sehen. Das war schrecklich. Nach einer Woche fanden sie das Spielzeug. Es war unter seinem Bett. Diesmal wurde er bestraft. Das war lustig. Kommst du aus diesem Land? Nein, bin ich nicht. Ich komme aus Indien. Ich lebe hier, weil... Ich arbeite hier. Ich sage das, weil ihr Englisch wirklich gut ist. Es klingt einheimisch. Danke schön. Ich wurde von einem guten Lehrer unterrichtet und übe auch jeden Tag. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme an, Sie schauen sich die Videos der Tangerine Academy auf YouTube an, oder? Jeden einzelnen Tag. Viele Videos werden von diesem Kanal hochgeladen. Ich liebe Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit, Sir. Und für Sie hoffe ich, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Wenn ja, teilen Sie uns dies bitte in den Kommentaren mit. Vielen Dank und einen schönen Tag. Vielen Dank.